Achso ich muss mich heilen. Ja ich weiß ich muss mich heilen. Jetzt bin ich wieder hier hinten, ne? Ja. Komm. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Es wird noch eine Weile dauern. Ihr müsst euch gedulden. Und dieses Überspringen. Ah jetzt ging das Überspringen mal. Okay. Oh da kommt er alle. Mann, ja. Macht mich noch. Hä? Wie bin ich jetzt hier rausgekommen? Das gibt's doch gar nicht. Hat die Explosion mich da rausgetrieben? Puh. Es dauert noch ein bisschen, Freunde. Oh jaja. Ah jetzt ging's. Jetzt erledigt die. Halte die Schacht. Feuer konzentrieren. Aus. Ja. 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 Ich. Vielleicht ist es ein bisschen zu schwer. Ich bin mir unsicher. Hier dieses mit dem. Mit dem. Das nervt total. Achso. Das sind so viele. Das sind so viele. Die stehen auf einem Haufen. Und feuern wie verrückt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht zu machen. Das ist nicht zu machen. Das geht nicht. Hier. Was ist denn das für ein Typ? Der muss ja 2,50 Meter groß sein, wenn der über das Ding... Ja, lass mich überspringen, bitte. Das war gut. Okay, das war doch nicht so gut. Oh shit. Oh shit. Da hab ich noch so'n Dings gesehen. Wie soll ich denn den kriegen? Den krieg ich nur mit Explosionen. Den fetten. Ja, ist ja gut jetzt so. Komm. Er hat mich genau wieder erwischt, diese Drecksgranate. Habe ich das Ding nicht geholt? Weg, weg, weg. Mist. Mist, dort dritt sind die. Haaah. Hm. Mist, spiel. Ja, es ist keine Chance. Das bringt nix. Ja, es ist keine Chance. Das bringt nix. Ich bin hinter dir. Kommt drauf. Nachladen. Ich bin hinter dir. Aggressiv. Dieser Speicherpunkt ist echt sch... Na, schlag zu. Geh weg. Heil dich doch. Aber nicht zu mir, oder? Ja. Oh, wie lang hat das jetzt gedauert? Mann. Ich muss mich erst mal ein bisschen beruhigen. Das war ja Wahnsinn. Ähm, nachladen. Hm. Na gut, wahrscheinlich bin ich voll. Oh, das war echt heftig. Aber cool natürlich. Auf jeden Fall sehr cool, aber richtig heftig. Hier, diese scheiß Dinger. Ja, jetzt sehe ich die auch, aber ich bin da nie rangekommen. Hä, ich habe bestimmt fünf, sechs Leute hier weggeplatzt. Wo sind denn die alle? Komisch. Keine da. Okay. Was ist hier? Da ist noch was. Ein Rucksack. Was haben wir hier? Nichts. Ja, nimm. Haben noch mehr? Voll, okay. Aber hier ist sonst gar nichts weiter. Komme ich da hoch? Oh ja, hier. Hä? Du kannst doch sonst überall hoch. Hier ist doch ein... Hier ist doch ein Seil. Hm. Na gut. Gehen wir erst mal hier rein. Ja. Ach, diese scheiß Dose. Ja. Hä? Okay, Gott. Naja. Es ist schon ordentlich. Komme ich jetzt hier wieder raus oder nicht? Ist Schluss. Ah doch, es kommt wieder raus. Oh Mann. Ich muss mich... Ich krieg's für... Ja, Heilung. Ich brauch viel Heilung. Ich brauch richtig viel Heilung. Hier ist noch was dran. Und Holz brauch ich viel. Ich brauch eigentlich alles viel. Ja, wir gehen erst mal hier ans Lager. Komm, ruhe dich ein bisschen aus. Sie kann überhaupt nichts machen. Ich weiß nicht mehr, wie man auf die Ausrüstung, wie man auf die Klamotten kommt. Naja. Ihr geht's jetzt hoffentlich ein bisschen besser. Sie hat sich etwas... erwärmt. Nee, war da erst mal so kurz. Ja, nein. Da ist das. Ah. Ja, toll. Das war ja nicht so dieses Ware. Okay, da hinten geht's weiter. Lass uns noch mal auf die Karte gucken. Acht von zehn. Ihr Lebensversteck. Ich seh's nicht. Ich hab's eigentlich markiert. Komm ich da nicht irgendwie hoch? Das kann doch nicht wahr sein. Ich will aber da hoch. Mist. Na gut, wir gehen mal weiter. Ist ja gut. Ja. Da hinten ist das Versteck. Ja, danke, liebes Spiel. Hier. Gott. So. Haben wir ein bisschen Fell geholt. Sehe ich irgendwo ein Laptop? Nicht? Ja, hier ist irgendwas. Da sehe ich ein Laptop. Neun von zehn. Dankeschön. Rote Laptops zerstört. Warte mal hier. Ist das nur ein... Ach, das ist nur ein... Ja, das ist nur ein Scheinwerfer. Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ist niemand da, ha? Lass uns wieder auf die Karte gucken. Was ist denn... Ach so, Dokumente gibt's hier auch noch. Ah, hier. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen, wie meinen eigenen Händen. Hm, oh Gott. Und irgendwas war da noch. Ein Relikt, okay. Krieg ich das markiert? Hier, genau hier ist das Relikt. Ja, und drunter, alles klar, ist ja gut, ja. Unter mir. Hier ist das Relikt irgendwo. Hallo. Hallo. Hm. Okay. Ein Schleppdopp fehlt mir noch. Was ist das? Ach, hier ist es. Ah. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Hm, etwas makaber. Okay. Hier oben liegt... Nee, ach, das war dahinter. Komm hier, nimm alles mit. Wo denn? Was denn? Was ist mit dir passiert? Hallo, bitte. Gucken, gucken, gucken. Da liegt ein bisschen Holz. Sehr gut. Na, nimm doch. Hä? Warum nimmt sie es jetzt? Hier lag noch irgendwo was. Nicht? Gott, weiter geht's. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da drüben kommt er raus! Entkommen sie dem Helikopter. Na, danke auch. Ja, jetzt müssen sie mich schon wieder heilen. Hä? Seid ihr noch ganz knusper? Okay. Nicht ein bisschen übertrieben? Nee. Ja, überleben sie das eisige Wasser. Da bedanke ich mich aber recht herzlich bei euch. Und wo soll ich hinschwimmen? Okay, zum Licht. Zum Licht ist schon mal gut. Ja, na, was soll ich denn? Hallo? Ich streng mich ja an. Wie verrückt. Ich streng mich. Ah! Wahnsinn Es ist doch nicht zu glauben, oder? Nee Ja Den Weg müsste man mal sehen Ja Gut, komm Achso, die Karte, ja Oh, ich hab ein Überlebensversteck verpasst Eine Herausforderung fehlt mir noch Achso, ich kann ja zum Basislager zurück Ah Okay Aber jetzt ja nicht, ne? Nee Jetzt ja Ich weiß, dass ich da vorne irgendwo Oh, ist das laut Rechts weg muss Los, los, los Hier hoch Und dann da weiter Hier lang Und jetzt Ja, geradeaus Geradeaus Oh, das trifft sich gut Nein Oh, Schande Boah, die platzen mich weg Okay Neuer Versuch Oh, gut Hier setzt er mich wieder ein Das gefällt mir Ja, los Ich lauf, was das Zeug hält Ja Ja Ein Wahnsinn Ein Wahnsinn Was war jetzt? Ich Ganz langsam Trinken Sie das Es hilft Sie hätten mich in dem Fluss lassen können Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle Ich weiß, wonach Sie suchen Aber ich möchte wissen, warum Als ich klein war Gab es nur meinen Vater und mich Er war auch Archäologe In seinen letzten Jahren war er Besessen Von Mythen über Unsterblichkeit Natürlich Hat ihm niemand geglaubt Ich auch nicht Unser letztes Gespräch War ein Streit Er Er hat sich umgebracht Er hat sich umgebracht Nicht umsonst Sie halten die göttliche Quelle Also für echt Ich weiß es wirklich nicht Aber wenn etwas Davon wahr ist Muss ich es herausfinden Man Man müsste sie Erforschen Und studieren Das könnte die Welt komplett verändern So etwas darf man nicht verstecken Veränderungen sind leider nicht immer das Beste Würden Sie Trinity Das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht Dann bitte ich sie Ihre Suche nicht aufzugeben Sondern ihren Weg zu ändern Schließen sie sich uns an Helfen sie uns gegen Konstantin und Trinity Und was passiert dann? Dann verlassen sie das Tal lebend Im Wissen Dass sie das Richtige getan haben Nein Tut mir leid Das kann ich nicht tun Können Oder wollen Ich bekämpfe Trinity mit ihnen Aber mein Ziel bleibt dasselbe Wenn ich jetzt aufgebe Wäre es als würden sie ihn im Stich lassen Nicht nur ihn Ich brauche Antworten Jacob Ich muss es verstehen Sie gehen weg Im Moment geht es mir um mein Dorf Es liegt hinter dem Bergpass Einen Tagesmarsch entfernt Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine Sie ruhen sich aus Ich bin bald zurück Ich soll mich ausruhen Ein neues Abenteuer wartet auf sie Danke dass sie Baba Yaga Der Tempel der Hexe für Rise of the Tomb Raider Gekauft haben Ja bitte schön Einzelziele werden mit rosa Markierung Auf ihrer Karte dargestellt In der Servietanlage wartet eine neue Mission auf sie Die Mysterien des gottlosen Tals Die Unruhen im Seegewerk Ja wir gucken erstmal Regionsübersicht Ja Liste Sammelobjekte Und so weiter Das machen wir Wir sind noch hier Ich würde erstmal Hier rein wollen Nochmal Und Ein Laptop suchen Und nochmal kurz Dieses Wandgemälde Mal gucken ob Wir in diese Richtung Überhaupt noch kommen Oder habe ich dann Warte mal Ist hier ein Lager Ne Hier komme ich gar nirgends wo raus Okay Hier muss ich also auf jeden Fall Hier lang Hier ist ein Lager Dankeschön Wir sind hier Oh Jacob ist vorgegangen Er hat etwas an sich Das ich nicht recht beschreiben kann Das ist seltsam Irgendwie tröstlich Als könnte ich ihm alles sagen Ohne dass es ihn beunruhigt Ich spüre kein Urteil von ihm Trotzdem ist er schwer zu durchschauen Mein Instinkt sagt mir Dass er gut ist Er hat mich gerettet Ich kann ihm vertrauen Zumindest im Moment Aber ich habe das unbestimmte Gefühl Dass er mehr weiß Als er zugibt Oh das ist gut Hohlspitzgeschosse Das machen wir Jetzt haben wir die Hohlspitzgeschosse Können wir hier was Ja Inventar Ausrüstung Köcher Tragekapazität Was haben wir hier Für Pistolenmunition Ja Ich mache das mal hier Erstmal den Köcher Und dann würde ich gern mal wieder Unsere Basislager Basislager Da ist noch eine Mission Relikte Ja Ich will erst mal hier hoch Ja So Wir holen mal Fix Dieses Versteck Da noch Und dieser Laptop Hm Weiß ich nicht wo wir den finden Okay Nur mal kurz das Versteck Und den Laptop Wahrscheinlich ganz am Ende Schätze ich mal Ähm Wo ging's denn Was ist denn das da eigentlich Was ist denn das Warum bleibt denn der da nicht drauf Wandgemälde Okay Ähm Da hinten Wie ist immer da lang gekommen Da ging's raus Naja Aber den Laptop Okay Da haben die Ecke Ja Und der Laptop Da muss ich sicher ganz an die andere Ecke Den möchte ich aber gerne noch haben Okay Okay Ja 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 Ein Holz Ist mir egal Ich möchte aber Dass das Ding Vollständig ist Und jetzt will ich nochmal zurück Äh hier ist Hä Wie ging's denn hier raus Ach hier Das ist aber Das ist aber Sehr versteckt Wo geht's denn hier hin Achso ja Wir müssen da nochmal lang Es nützt alles nix Bei der Laptop wird sicher Irgendwo ganz am Schluss sein Und wenn ich das markiere Ne Das bringt nichts Also muss ich suchen Muss ich alles durchsuchen Aber hier waren wir ja Fest Verankert Hier war nirgends wo was Ne Ja Es ist auch mal ein bisschen Entspannung Einfach nur mal ein bisschen Durchs Lager streifen Geht's da hoch Ne Das Lager Wir Hier Gut Da war was Was war das Achso So ein Hm Ähm Aber wie ging's hier Wie ging's denn hier weiter Hm Ach hier hoch Okay Alles klar Also wir Okay Seit wann sind denn hier Jetzt wieder Leute Weil Nimm schon Ja Nimm alles mit Jetzt sind hier wieder Leute Oh man Nimm schon Wo Hallo Tschüss Wo denn Ach da Mist Gott Es hat Plink gemacht Das trifft sich gut Ja Komm weg mit dir Wir sammeln mal ein bisschen ein Achso Geht nicht Wo ging's lang Ja Ja Aber da liegt doch noch Achso Das möchtest du nicht Das Hä Das haben wir alles eingesammelt Aber durch das Reisen Wahrscheinlich Okay Ich mach das mal kaputt hier Hier gibt's echt viel Aber den Laptop Den Laptop finden ist schon so eine Sache Das ist so eine Sache Das ist hier alles wieder neu Komm Ja Das ist alles wieder neu aufgetaucht Die hat ja immer noch das Ding in der Hand Ah Das haben wir noch nicht gelernt Mit dem Okay Kann ich jetzt einfach so rüber Ja Braucht man nicht Braucht man nicht Braucht man nicht Ich will nur diesen Formale Titan Laptop Hier muss doch irgendwo noch einer sein Was ist hier noch was Nichts Naja Egal Wir werden da schon noch was finden Ich bin da sehr zuversichtlich Irgendwo Ganz am Schluss Hier könnte einer sein Das stimmt Oh hier ist was Holz Ne Kein Schleppi mehr Ne hier Wie ging Wo ging denn das jetzt hin Ach Das ging da hoch Das fehlt da jetzt natürlich Und der Laptop wird natürlich auch nicht Ne Der wird mir nicht markiert Ne Oh man Diese Sucherei nach diesem einen Laptop Das wird schön Komme ich hier Ja das sind unsere Zellen Achso hier sind wir geflüchtet Ne Es ist schwierig Das ist schwierig Dass da keinen Hinweis gibt Das ist blöd Hier hoch Was war denn hier oben Achso hier war es Ich komme mal hier raus Hm Das hat mich auch nicht weiter gebracht Mist wo ist denn nur dieser Laptop Da unten Hier geht es zwar hoch Aber das nützt mir eigentlich nichts Weil der Laptop wird ja sicher nicht hier oben auf dem Dach sein Sicherlich nicht Hier Oh du Schweine Laptop Ja Ja Oh danke Danke Na gut Dann Dankeschön Dann machen wir jetzt hier Sabbat Was ist denn hier hinten Vorratsschuppen Achso da können wir einkaufen Funkturm Truhe Truhen So aber links Gräber abgeschlossen Nichts Abgeschlossene Missionen Nichts Herausforderung 1 Großartig Truhen Boah wir haben da von dem Ding noch nicht viel gemacht Wahnsinn Wahnsinn Oh wir können ja jetzt Ah ja Wir kommen jetzt in die Höhle Okay dann reisen wir mal hier her Also lieben Also ne ich reise dann da hin Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Weil hier ist nämlich jetzt nochmal ein bisschen Folgenende Lasst euch gut gehen Und bis demnächst Bei Assassin's Creed Odyssey hätte ich fast gesagt Nein natürlich nicht Ja immer noch Dietrich Nein natürlich bei Rise of the Tomb Raider Dankeschön Tschüss Tschüss Vielen Dank.